Willkommen uns nicht entscheiden zu einer weiteren Folge von Counter-Strike Weapon Deathmatch. Dieses Mal... Ja, sicher, was machst du da draußen, du Vogel? Ach, keine Ahnung. Komm rein, du Vogel. Hat eh nicht funktioniert. Mit der PP-Bison. Ich hasse die PP-Bison. Sie hat unglaublich viel Schuss. Ist relativ inakkurat, ja. Also bitte mich gerade mal nicht abschießen. Auch hier funktioniert natürlich Run and Gun. Ja. Und auch jetzt. Wenn ihr gegen Spieler spielt, die keine Kevlar tragen, ja. Dann ist sie ein One-Hit-Headshot und macht richtig viel Damage. Und slowt die Gegner richtig hart. Dann ist sie also richtig OP. So wie jetzt gerade. Spielt ihr allerdings gegen Spieler, die Rüstung haben, seid ihr gefickt. Denn ihr braucht irgendwie drei Headshots oder vier, um einen zu killen. Also außerdem macht ihr kaum Damage, wenn ihr irgendwie in den Brustbereich, Beine schon gar nicht. Ja, hat keinen Sinn. Das werden wir nachher auch sehen. Ab fünf Minuten. Ja, ansonsten. Also viel gibt es natürlich zu sagen. Sie hat halt richtig wenig Armor Penetration. Ist deswegen nicht so geil. Kostet glaube ich 1400. Ich weiß es nicht genau. 1400, ja. Also auf zweiter Runde kann man sich das kaufen. Würde ich allerdings nicht empfehlen, weil die Gegner könnten ja ein Armor Pistol beimachen. Was die Gegner auch machen könnten ist, auf dritter Runde dann, oder vierter Runde, wenn ihr die habt, könnt ihr damit nichts mehr anfangen. Ja. Wie wir weggeflogen bist. Und wir fangen jetzt an. Restart Game. Und let's go. Grab your gear and let's go. So, jetzt werde ich euch vermutlich in der ersten Hälfte ein bisschen dominieren. Und dann, na, oder ihr mich. Aim Punch. Also wie ihr seht, man bekommt natürlich richtig viel Aim Punch durch die Waffe, wenn man keine Rüstung dann hat. Man hat also, wer zuerst schießt hat, gewonnen. Ich habe ihn gesehen. Oh. Heavy strats, sagt er. Ja, schade auch. Torben, wenn du dich ankündigst durch lautes Laufen, bist du kein Gegner. Ich habe einfach vorgeschossen, weil ich ja weiß, dass du rumlegst. Was ist zu spät gelaufen? Habe ich schon gehört. Von mir. Wieder weg. Der ist jetzt weiter hinten bei blau. Fick dich. Ich habe aber nur 25 gemacht. Ja. Irgendwie immer, wenn du schießt, habe ich lagst. Das liegt an deinem Rechner. Das haben wir doch schon herausgefunden, dass dein Rechner insbesondere dann liegt, wenn auf dich geschossen wird. Nicht nur auf mich. Ja, oder generell, wenn geschossen wird. Weil halt die Schüsse gerendert werden müssen und alles. Das erfordert halt Rechenleistung, die dein PC nicht hat. Alter. Da kommt ja auch noch der andere. Was soll das denn? Oh, Tom, du hast mich nicht getroffen. Nö, irgendwie nicht. Tom hat sich noch nicht bewegt, Alter. Wie traurig das aber ist. Drei Minuten, dann bekommt ihr Armor. Dann kann ich nichts mehr mit dieser Waffe. Ah, Dead Spray, Dough. Durch. Was ist denn eigentlich? Scheiße, ich habe noch... Loll. Server Stock on Object. Heißt? Keine Ahnung. Komme ich gerade oben rechts so. Wenn ich das ausmache, ist das wichtig. Alter. Wenn du mir einfach so geil Torbens Lüfterhörlst, ich würde das feiern, wenn wir das in der Folge genauso gut hören. Loll. Der ist das rechteste rote... Ach ja, hör doch auf zu callen, Torben. Nachladen. Ach, scheiße, ich hätte so wenig Leben. Ich kann rot, Übergang. Ja, umrunden funktioniert nicht, wenn du läufst, dann musst du schon sneaken. Kaube ich hinter dir. Hallo, Rüstung. Hä, es sind noch sechs Minuten. Hey. Ja. Ja, ich meine, du sollst Rüstung einstellen. Ja, ich meine, das ist ja bei fünf Minuten, das ist doch die Hälfte der Zeit. Ja, ich habe fünf Minuten. Ne, sind noch sechs? The fuck. Ach so, okay, okay, ich habe Aufnahmezeit geguckt. Dann ist gut. Ja, wir haben ja davor immer was. Das gilt ja nicht. Ich habe jetzt trotzdem angemacht, scheiß drauf. So, jetzt solltest du mit Rüstung spawnen, oder? Also, ich habe nicht im Handel, aber ich habe nicht das, was man eigentlich haben müsste, meiner Meinung nach. Ich habe ja auch noch ein bisschen lenkt. Miese Ruhre. Ach. Du wolltest ja gerade... Doch klar. Du hast Kevlar und Helmet. Boah, guck, ich kann gar nichts mehr. All of this sudden. Nein, da war eine Führung, ach geht doch. Nein, na gut, da war es noch, kurz. Das ist ne Hure, Torben. Ja, verdammt. Okay, perfekt. Weißt du, ich hab den Felix 95 gemacht. Ja, okay, da waren die anderen fünf. Jo, komm, übertreib. Scheiße, ich lebe noch, what the fuck. Seid ihr scheiße. Ja, der Baum hat mich runtergezogen, deswegen. Hä, ich konnte dich nicht runterziehen. Doch, du hast mich runtergezogen. Nein, ich kann dich nicht runterziehen. Ich hab geschossen. Nein. Felix, doch. Durchgeschossen. Ich hab dich nicht geschossen. Es gibt kein Team-Damage. Ich hab durch die Tür auf dich geschossen, Felix. Die ganze Zeit. Ich hab auf euch beide geschossen. Und hab euch beide gemacht, was ziemlich traurig ist, weil der doch einfach nur durch die Tür hätte schießen müssen. Ich bin in der Tür. Ja. Ich bin in der Tür. Ja. Das ist viel zu langsam. Schritte kündigen an, was kommt Du bist ein mieser Camper Woher wurdest du, warst du oben drauf oder was? Nee, dann kann ich so einen ganz schmalen Spalt dazwischen sehen, zwischen dieser Spange und der Tür Ach ja, von beiden Seiten Ach Felix, ich hab den auch noch runtergezogen Nein, Felix hat mir 91 gemacht Ja ok, da ist rote Schikanen jetzt bei den roten, bei rot hinten Ach scheiße, da schallst du nach links, hab die ganze Zeit nach rechts geschossen Scheiße, ich bin dir die ganze Zeit hinterher gelaufen Ja, ich hab dich gesucht Ja, ich hab dich gefunden, aber du hattest halt volles Leben Ich dachte vielleicht wärst du Torben Ich dachte vielleicht bist du Torben Hm, ok 67 hab ich den gemacht Ok 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 Unkohold Ok 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 nicht gezählt weil es nicht die richtige wache war ja das ist richtig wird trotzdem lustig gewesen ja verdammt schade torben hab ich da auch ein header gegeben aber leider macht diese scheiß war für dich genug schaden der auch ein header gegeben oder nein hast du nicht er hat übrigens schon wieder aufgehört zu holen wo ich bin dominik ist wieder rot mitte klo bitte klo gar nicht ich hab mir einfach ein anderes klo ausgesucht ich wollte gerade um die eke kommen dann war er vorbei so als nächstes kommen endlich die rifles endlich haben wir habe ich so null chance sagen wir auch wenn ihr die farmers nehmen die ist präziser na gut dann sehen wir uns in der nächsten kategorie bis dann tschüss